Wir haben bei der IDM dieses Jahr knapp 120 Volontiers insgesamt im Einsatz. In einer Schicht sind wir bei ca. 60 Volontiers. Wir haben außerdem auch internationale Volontiers. Dieses Jahr haben wir das Glück, 15 Erasmus-Studenten hier zu haben, die uns unterstützen. Die sind aus Finnland. Also ohne Ehrenamt geht gar nichts im Sport. Es ist nun mal so, dass nicht jeder da auch entsprechend für das, was er tut, entlohnt wird. Aber ich glaube, die emotionale Entlohnung ist das, was Ehrenamtler immer wieder motiviert. Yesterday war ein wirklich ein eye-opener. You could see how free the athletes are and the enjoyment in their faces. You could see they finished the race and how free they are in the water. It's really nice. Das dann ja jetzt im Vorlauf einfach den Fokus auf lang bleiben hatte, war die Ansage. Das hat sich auch gut umgesetzt, dass da jetzt gleich ein Wettrekord mal rauskommt. War nicht zu erwarten. Tatsächlich bin ich einfach nur geschwommen, so wie es Kirsten gesagt hat. Wir haben ganz viel umgestellt, dass ich in die Länge schwimme und ein bisschen Gefühl hinschwimmen bekomme. Und das hat jetzt tatsächlich echt ganz gut geklappt. Ja, ich bin tatsächlich ein Wettrekord geschwommen. Wahnsinn! Die Einsatzbereiche der Volunteers sind ganz verschieden. Es geht vom Eingangsbereich bis über Wettkampf, Betreuung. Aber natürlich haben wir auch ein Shuttle-Team. Und natürlich ist auch ganz wichtig, dass wir ein großes Verpflegungsteam haben. Die GDM würde ich beschreiben als einfach das offenste Event, wo ich jemals mitgewirkt habe. Alle Leute sind, sie kommen auf dich zu, sie reden mit dir. Es ist sehr, sehr international. Die GDM ist sehr, sehr gut und das schützt den Behindertensport. Bewerbt euch als Volontier und dann seid ihr nächstes Jahr vielleicht auch dabei. Die GDM in Berlin ist nicht nur super, sondern ein Must-Have in jedem Jahr.